Gut, beginnen wir mal, dass wir uns einfach mal die Bedienfelder bzw. die unsere Options- und Toolbox-Leiste mal ganz kurz genauer anschauen und machen uns ein paar Unterschiede zum Photoshop-Out. Das ist nämlich durchaus etwas, was man beachten kann bzw. beachten sollte und zwar folgendes. Zunächst einmal, was euch gleich auffällt ist, wir haben hier oben zwei sehr ähnliche Werkzeuge. Wir haben das Direktauswahlwerkzeug und das Auswahlwerkzeug. Ich demonstriere das einfach einmal. Ich ziehe mir jetzt mal ein Rechteck auf und sage jetzt mit dem Auswahlwerkzeug, ich klicke mal raus und sage jetzt, ich möchte dieses jetzt auswählen. Also klicke ich einfach drauf, alles ist ausgewählt. Jeder Anfasspunkt an jedem Eck, jetzt kann ich das kleiner größer machen, je nachdem wie ich möchte. Beziehungsweise gibt es auch hier diese Dinger, um die Ecken abzurunden. Aber dazu noch später bei den Formen dann. Okay, das ist die eine Möglichkeit, sprich das Auswahlwerkzeug wählt man einfach das gesamte Objekt aus. Mit dem Direktauswahlwerkzeug kann ich jetzt auf meinem Pfad, denn dieses Objekt ist nichts anderes als ein Pfad, der gefüllt ist mit einer weißen Farbe und mit einem schwarzen Rahmen, Wenn ich jetzt hier anklicke, habe ich die diversen Ankerpunkte hier zur Verfügung. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dieses Eck hier, das mache ich jetzt größer, also da wird die Rundung stärker, beziehungsweise hier mache ich sie überhaupt weg. Das geht auch irgendwie, so. Und jetzt kann ich eigentlich diese Ankerpunkte hier nehmen und verziehen, wie ich möchte. Das Direktauswahlwerkzeug ist also im Unterschied zu dem Auswahlwerkzeug wirklich sehr spezifisch. Ich kann also wirklich genau in meinen Pfad hineingehen und sagen, jeden einzelnen Punkt verändern. Pfade haben noch diese komischen Kurvenwerkzeuge hier. Das heißt, hier kann ich auch noch die Kurve verändern. Ich kann also wirklich jeden einzelnen Punkt mitnehmen, der halt definiert ist und sagen, den verändere ich jetzt. Das ist also ein riesen Unterschied zum Photoshop. Das gibt es in Photoshop so nicht. Der zweite grobe Unterschied liegt dann schon in der Farbdarstellung. Und zwar, wenn ihr euch erinnern könnt an Photoshop, hier habe ich hier die Vordergrundfarbe und hier die Hintergrundfarbe. Das gibt es bei Illustrator in dem Sinne nicht. Wir haben eine Farbe, die definiert die Farbe für die Fläche. Das ist also in dem Fall im Vordergrund die Fläche. Und wir haben eine, die die Kontur definiert. Wenn ich das jetzt bearbeiten möchte, würde ich in Photoshop grundsätzlich hier auf den Pfeil klicken und dann doppelt auf die im Vordergrund liegende Farbe. Dem ist aber nicht so in Illustrator. Wenn ich in Illustrator jetzt wechsle, dann ändert sich die Farbe von der Flächenfarbe zur Konturfarbe. Sprich, wenn ich bearbeiten möchte, ich klicke hier einmal drauf und dann entweder über die Farbfelder hier oder ich habe diverse Möglichkeiten, Farben auszuwählen. Ich klicke oftmals doppelt drauf, da kann ich jetzt den RGB-Wert, den Zmig-Wert, HSB-Wert festlegen oder ich suche mir einfach irgendwas aus dieser Tabelle hier aus. Und ja, dass wir das jetzt schön sehen können, oben in der Optionsleiste mache ich noch meine Kontur ein bisschen stärker. Also das sind so die zwei groben Unterschiede, die man hat. Wir arbeiten in Ebenen, natürlich auch hier, aber das ist jetzt nicht so zwingend notwendig. Wenn wir uns das aufteilen, ist jetzt hier ein Pfad drinnen. Wir sind noch immer in der Ebene und ich mache jetzt noch etwas Abgerundes dazu und drehe jetzt hier die Farben auch noch um. Und ihr seht, das ist noch immer in derselben Ebene. Ebene 1, ich kann es zwar innerhalb der Ebene noch verändern und verschieben, wie ich möchte, aber wir sind noch immer in der Ebene 1. Wenn ich eine eigene Ebene machen möchte, muss ich diese neu gründen, eine Ebene 2. Ich kann die dann auch sperren lassen zum Beispiel. Es ist sehr nützlich, wenn ich zum Beispiel für die, für irgendwelche Anschnitte oder so eine gewisse Verpackungsform als Grobform machen möchte und die dann gestalten möchte, dann kann ich mir die auf einer Ebene darstellen und dann sperren, dann kann man die nicht mehr verschieben. Also um das Zeug zu demonstrieren, ich nehme mir das jetzt her und wenn ich jetzt das Auswahlwerkzeug nehme, kann ich hier nichts mehr auswählen. Ich müsste also entsperren und dann kann ich das wieder machen. Das sind die groben Unterschiede im Grunde genommen, das ist nicht sonderlich viel. Ihr werdet schon drauf kommen, ich bin sehr skeptisch gewesen anfangs gegenüber Illustrator und muss sagen, ich liebe ihn mittlerweile. Ein wirklich tolles Programm. Viel Spaß auf jeden Fall mit den weiteren Trainings dann.